Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des MGT-Podcasts. Heute mal wieder ein entspanntes Video, bei dem ich einfach ein bisschen labern werde und einfach ein bisschen philosophieren werde über ein bestimmtes Thema. Und das habt ihr bereits im Titel gesehen. Es geht um den besten Fußballer der Zeiten und um den Wechsel von Salif Sané, der zur neuen Saison beim FC Schalke 04 seine Karriere fortsetzen wird. Das ist für jeden 96, wenn auf jeden Fall ein schwieriger Moment gewesen gestern, als er das verkündet bzw. als das verkündet wurde. Es steht seit gestern fest, dass er wechselt. Es wurde dann relativ früh auch bekannt gegeben, dass es wohl der FC Schalke 04 wird, zu dem Salif gehen und wechseln wird. Und dementsprechend spielt er nächste Saison einmal Champions League, aber natürlich auch in der Bundesliga gegen seinen ehemaligen Verein, gegen seinen jetzigen Verein, auch gegen die Roten. Natürlich bitte, aber nichtsdestotrotz kann man diesen Schritt auf jeden Fall nachvollziehen und darauf möchte ich in diesem Video eingehen. Ihr dürft wieder oder könnt wieder und ihr sollt wieder zu jedem einzelnen Thema hier, was ich in diesem Podcast sage, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es wird natürlich auch über die Champions League gehen gestern und zwar um Ronaldo bzw. um Juventus Turin und diesen strittigen Elfmeter. Und das liegt ganz einfach daran, dass Cristiano Ronaldo diesen Ball ins Tor reingemacht hat, dann zum 3 zu 1 und er halt einer der besten Fußballerzeiten ist und dementsprechend Teil dieses Videos. Aber erstmal reden wir über Salif Sané und nebenbei noch, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ist eine großartige Unterstützung und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr zumindest einen Daumen nach oben da lassen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht diesen Podcast irgendwo anders hört gerade. So, ich hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende hattet. Wir haben jetzt heute Sonntag, den 15. April. Ich bin mittlerweile wahrscheinlich wieder, wenn ihr diesen Podcast hört, auf dem Weg zurück nach England für das letzte Mal. Noch 11 Tage bin ich da und eigentlich war genau das der Weg, den ich auch prognostiziert hatte. Für Salif Sané jetzt nicht unbedingt nur 11 Tage nochmal und sicherlich auch neben seine Bachelorarbeit zu schreiben, aber in die Premier League. Die beste Liga der Welt und auf jeden Fall auch die Liga, in die es die meisten afrikanischen Spieler früher oder später reinzieht. Liegt zum einen daran, dass diese Liga in Amerika und Afrika, eigentlich wollte ich nur Afrika sagen, am populärsten ist von den europäischen Ligen. Was auch irgendwo logisch ist, weil wir haben da halt viele Spieler, die groß geworden sind aus Afrika und aktuell sehr viele afrikanische Stars, wie beispielsweise Touré, wie beispielsweise Mohamed Salah und so weiter und so fort. Die Liste ist sehr, sehr lang. Und dementsprechend, ja auch weil die Gehalter da so hoch sind, dachte man sich oder hat man sich in Hannover gedacht, Sané wird sicherlich, wenn dann, auf die Insel gehen. Er hat auch in den letzten Wochen so ein paar Andeutungen gemacht, dass man vielleicht hätte hoffen können, dass er bei Salah und Afrika 96 bleibt. Es war nicht unwahrscheinlich, sage ich mal, aber man kann definitiv verstehen, dass er seinen nächsten Karriereschritt, wenn er die Möglichkeit hat, nochmal gehen möchte und dementsprechend sich zu einem besseren Verein verabschiedet. Er ist ja mit in die zweite Liga gegangen mit 96, das war nicht ganz freiwillig. Er wollte ja wohl zu Wolfsburg oder Wolfsburg wollte ihn haben. Er ist im Endeffekt dann geblieben, hat uns zum Aufstieg mitgearbeitet und jetzt diese Saison auch auf jeden Fall wichtigen Anteil daran gehabt, dass wir den Abstieg höchstwahrscheinlich vermieden haben. Natürlich hat er jetzt getroffen in zwei Spielen, die mehr oder weniger unbedeutend waren und zwar mit dem einen Tor aus der Distanz, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, ich glaube gegen Augsburg und mit seinem Kopfballtreffer gegen Leipzig, der ja auch keine würdliche Relevanz mehr hat, weil wir das Spiel auch verloren haben. Aber nichtsdestotrotz, der Mann hat einfach eine Qualität, die für Hannover 96 extrem, extrem hoch ist. Ja, wir hatten seit Ewigkeiten nicht mehr so einen guten, soliden Verteidiger. Ich denke, der letzte, bei dem wir das wirklich sagen können, der vergleichbar wäre mit Salif Sané, mir fällt ehrlich gesagt keinem. Vielleicht in der richtig guten Zeit Karim Agui, aber sonst, gerade auch mit dieser offensiven Gefahr, Agui war ja extrem Kopfballstark und ich glaube, ansonsten findest du da kaum jemanden, bei dem man sagen kann, ja, der war auf dem gleichen Level wie Salif Sané. Okay, dementsprechend ist es logisch, dass er gegangen ist, genau wie damals Mertesacker. Irgendwann möchtest du halt Champions League spielen und das ist in Hannover sehr, sehr unwahrscheinlich und Schalke wird zumindest nächstes Jahr da spielen und ich denke, wenn Tedesco da weiter seinen Weg geht und vor allem auch weiter genau so erfolgreich arbeitet, dann wird das auch über die nächsten Jahre ständig der Fall in Gelsenkirchen sein, dass man eben Champions League-Abende hat und Sané hat auf dieser Position, denke ich mal, schon Vorteil gegenüber einigen anderen Spielern und passt halt super ins System rein. Bei Schalke, die spielen ja momentan, soweit ich das im Kopf habe, meistens Dreierkette, sie stellen auch ab und zu mal um, spielen Viererkette und so weiter und so fort, aber Sané ist ja flexibel, er kann sowohl auf A6 spielen, könnte da Goretzka beispielsweise ersetzen, wäre eine Möglichkeit, auch wenn er natürlich viel defensiver ist als auf der Innenverteidiger, also beziehungsweise als auf der Goretzka-Position, der Achterposition. Das ist definitiv so, aber nichtsdestotrotz kann er es spielen und halt er kann auch in der Innenverteidigung spielen. Schalke hat da einen sehr, sehr großen, sehr, sehr kopfballstarken Spieler mit Naldo, allerdings ist Naldo mittlerweile auch relativ alt, ich denke mal, er wird noch ein bisschen bleiben, er wird noch ein bisschen spielen, aber nichtsdestotrotz langsam geht es zu Ende, er ist mittlerweile immerhin auch schon 35, ja, also so lange wird er nicht mehr da sein. Ansonsten sieht die Innenverteidigung gar nicht mal so stark aus, wenn man ehrlich ist. Matija Nastasic ist ein guter, Thilo Kehrer ist ein guter, Stambouli ist in meinen Augen kein Innenverteidiger und auch nicht so extrem stark und in Suha, ja, ist nicht in der Bundesliga angekommen, ja. Also Thilo Kehrer kann, denke ich mal, noch eine Menge von Salif lernen und Matija Nastasic, ja, mit dem sehe ich ihn fast schon auf einer Stufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat ja auch einen Marktwert von 16 Millionen Euro und dementsprechend ist er ungefähr auf dem gleichen Level, wenn er auch ein bisschen älter ist noch, kommt das ungefähr hin. Das Schöne ist bei Sané, wie gesagt, dass er diese Stärke im Spiel aufbaut und die könnte ihm auf jeden Fall zugute kommen. Er passt perfekt in diese Dreierkette rein, er hat ein gewisses Tempo, was er mitbringt, das passt gut dazu und er kann vor allem halt eben auch im Spielaufbau eine Menge, Menge nützliches Zeug machen. Kopfballstark ist er auch noch, genauso wie Nastasic und Ronaldo, also passt er wirklich perfekt zum FC Schalke 04, gerade wenn die weiterhin diese Dreierkette verfolgen. Ich denke aber auch, dass wenn sie es auf Zweierkette umstellen, also auf Vierierkette und zwei Innenverteidiger umstellen würden, dass Sané dann immer noch gute Chancen hätte, da zu spielen. Das Allerwichtigste bei dem ist halt einfach seine unglaubliche Ruhe am Ball und dass der extrem, extrem sicher damit ist. Er hat eine extrem starke Technik für einen 1,96 Meter großen Hühn und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Faktor. Dazu ist er unglaublich Kopfballstark, nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive, hat glaube ich mit über 10% mehr als der Zweitplatzierte die beste Kopfballquote der Liga, liegt damit auch deutlich über Naldo und weil Camacho ist glaube ich der Zweite gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Und dementsprechend kann ich jedem Schalker nur sagen, der Sané auch vielleicht nicht so 100%ig kennt, weil er vielleicht XIX nicht verfolgt, ihr habt da einen richtig guten Spieler geangelt, der eine Menge, Menge Enthusiasmus mitbringt, der eine Menge gute Laune mitbringt, der eine Menge Ehrgeiz und Kampfwillen mitbringt und vor allem eine Qualität, die definitiv für Schalke 04 reicht und die Schalke 04 auch definitiv in der Champions League beziehungsweise in der Bundesliga weiterhelfen wird und weiterhelfen kann. Dazu muss man ja auch noch sagen, dass die Ablösesumme verhältnismäßig gering ist für heutige Zeiten, also ich meine es ist eine einstellige Transfersumme, weil die Ausstiegsklausel 8 Millionen beträgt, bei Salif Sané, er hat einen 16 Millionen Marktwert, es wäre natürlich schön für Hannover 96 gewesen, wenn wir irgendwie eine 20 Millionen Ablösesumme bekommen hätten oder irgendwas in der Richtung, aber es ist auch logisch, dass wir Salif keine Steine in den Weg legen wollten und werden, einfach aufgrund dessen, er ist mit in die 2.000 Jahre gegangen, er hat das mit zum Aufstieg gebracht, er ist auch dann nicht gewechselt, sondern bei Hannover 96 geblieben, hat sich immer, okay, nicht immer vorbildlich verhalten, aber den Großteil seiner Zeit vorbildlich verhalten, aus der 2. Mannschaft hochgekämpft in die 1. Mannschaft, hat uns die Treue gehalten und dementsprechend verabschiede ich mich an dieser Stelle von Salif Sané und hoffe, dass er in seiner Zukunft eine Menge, Menge gut machen wird bei Schalke und auch in der Champions League. Ja, ich sage mal, 96 würdig vertreten wird, beziehungsweise seinen neuen Arbeitgeber, aber man wird ja immer so ein bisschen die Vergangenheit von 96 im Kopf behalten und ja, ich bin gespannt, vielleicht verschlägt es ihn noch in die Premier League, wenn ich jetzt gefragt worden wäre, wo glaube ich, dass Salif hingeht, ich hätte gesagt, dass die Premier League schon seine erste Anlaufstelle ist, ich hätte aber nicht unbedingt gewusst, welcher Verein, ich hätte mir Arsenal vorstellen können, weil Arsenals Defensive halt so ein bisschen dünn besetzt ist und so ein bisschen instabil, auch ich meine Mustafi und Koscellin, die verstehen wir nicht falsch, sind in meinen Augen beides Klasseverteidiger, gerade Mustafi bekommt hierzulande viel zu viel Kritik für das, was er leistet, aber ansonsten sieht es dann halt schon eng aus, ja, weil Chambers ist vielleicht nicht schlecht, aber ein Talent, genauso wie Holding, Innenverteidiger ist dann einmal noch mehr zu zack, aber der ist ja auch schon kurz vorm Karriereende jetzt und Konstantinos, Mavropanos, aber der ist auch erst 20, also da hast du nicht so, so viele Spieler und dementsprechend wäre halt ein Innenverteidiger nicht schlecht gewesen. Auch hätte ich mir vorstellen können, dass es zu Tottenham geht, ja, Tottenham spielt Champions League, das war ja sein Ziel, das ist ja genauso der Grund, warum er zu Schalke geht, die haben immerhin drei starke Innenverteidiger mit Alderweirel, Sanchez und Vertongen, Foyth ist ein starkes Talent, aber nichtsdestotrotz, ja, das war nicht so meine, das war nicht die Prime Position. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass er zu einem billigeren oder, ich sag mal, etwas niedriger postiert im Premier League Club geht, wie beispielsweise West Ham oder Everton, aber er wollte ja Champions League spielen und dementsprechend ist eigentlich die Bundesliga die bessere Anlaufstation als die Premier League, weil da das Niveau nochmal höher ist und es schwerer ist, sich da wirklich reinzuspielen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Schalke eine gute Position für ihn, dass er eine gute Station für ihn ist und er wird sich da machen, bin ich mir hundertprozentig sicher und kein 96-Fan sollte ihm böse sein, das ist komplett nachvollziehbar, dass er wechselt und ich denke, dass, ja, Tedesco den nochmal zu einem noch stärkeren Spieler macht. Vielleicht wechselt er irgendwann doch noch in die Premier League und verdient dann nochmal einen Haufen Kohle, aber momentan passt das auch schon so, genauso wie es ist. Ja, ich würde sagen, dass das Ganze erstmal genug ist zum Thema Salif Sané und wir kommen zu den besten Fußballern aller Zeiten. Und da müssen wir direkt mal eins feststellen, ihr wisst alle, ich mag Ronaldo mehr als Messi, ich sage nicht, dass Ronaldo besser ist als Messi, ich finde, dass es bei den beiden formabhängig, ich finde, die befinden sich auf einem Level und die haben ein Level, was momentan kein anderer Fußballer auf der Welt hat und dementsprechend muss man da nicht differenzieren, wer von den beiden besser ist, weil ich finde, es ist keiner besser, sie sind halt, wie gesagt, nur formabhängig. Allerdings ist Ronaldo für mich nicht der beste Fußballer aller Zeiten, der beste Stürmer aller Zeiten, vielleicht, mit Messi zusammen, aber der beste Fußballer der Zeiten ist für mich anders. Und ich denke mal, wer beispielsweise den Bücher-Podcast gehört hat, der weiß schon, wen ich meine. Ich meine weder Pelé, ich meine auch nicht Maradona, ich meine auch nicht Eusebio oder wer auch immer so genannt wird, ich meine nicht Ronaldinho, der war sowieso nie auf dem Level von beispielsweise auch Ronaldo und Messi, der war spektakulär, der hat Spaß gemacht, der war ein super Fußballer, aber er war nie, finde ich zumindest, auf diesem extraordinären Level, auf dem sich Ronaldo und Messi befinden. Für mich ist der beste Fußballer der Zeiten Christian Panda. Nein, Spaß, der beste Fußballer der Zeiten ist für mich selbstverständlich Sandro Waag. Okay, wir hören jetzt auf. Der beste Fußballer der Zeiten ist für mich Pierre-Michel Asogar. Nein. Sinedine Zidane, Sinedine Zidane ist für mich der beste Fußballer der Zeiten, der französisch-algerische Ex-Nationalspieler und aktuelle Coach von Real Madrid. Warum, das werde ich euch am Ende erklären. Ich werde euch erstmal erklären, warum in meinen Augen Cristiano Ronaldo und Messi nicht die besten Fußballer der Zeiten sind. Und ich habe mir überlegt, ich mache das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen einfacher, naja, was heißt einfacher? Ein bisschen, ähm, wie soll man das nennen? Ich weiß nicht, wer das nennen soll. Ich mache das Ganze ein bisschen klassischer und stelle einfach meine Top 11 aller Zeiten zusammen. Na ja, und dann gehe ich am Ende nochmal explizit darauf ein, wer sind denn die besten Fußballer aller Zeiten. Und direkt, wenn man bei den besten Fußballer der Zeiten ins Tor geht, ist das schon mal gar nicht so einfach. Weil der beste Tor bei der Zeiten, den festzulegen, das fällt mir persönlich sehr schwierig. Liegt ganz einfach daran, ich finde Neuer nicht, also ich empfinde Neuer nicht als besten Tor bei der Zeiten. Ich finde auch nicht, dass Casillas der beste Tor bei der Zeiten ist. Ich finde auch nicht, dass Kahn der beste Tor bei der Zeiten ist. Oder ja, Schien oder Barthes. Ich finde eigentlich, und das ist halt aber ein Problem für mich, weil, also ich würde Kahn schon sehr hoch ansiedeln, ja. Aber der beste Tor bei der Zeiten ist für mich eigentlich Gianluigi Buffon. So, man kann natürlich jetzt sagen, wie kannst du sagen, dass Buffon besser ist als Neuer? Buffon ist doch gerade immer noch in seiner Prime-Zeit. Der war nie so stark, wie er jetzt ist. Gut, das kann man bezweifeln, aber der war nie so extrem stark, wie er jetzt ist. Und De Gea ist momentan besser als Buffon und genauso ist Neuer besser als Buffon. Und Neuer hat das Torwartspiel revolutioniert, bla bla bla. Ich habe schon mal meine Meinung zu Neuer gesagt. Ich persönlich bin kein Fan von Neuer. Ich war nie Fan von Neuer in der Nationalschaft. Er hat uns natürlich viel geholfen bei der WM. Ganz klare Geschichte. Aber für mich persönlich ist Neuer momentan nicht der beste Torwart der Welt. Schon gar nicht, weil er verletzt ist. Sondern Gianluigi Buffon, ja. Und dann kommt De Gea auf einem Level mit Neuer. Und solche Spieler wie Oblak, die können noch wachsen. Ich muss auch sagen, das ändert sich dauernd. Ja, also ich finde auch ein Courtois extrem stark. Die befinden sich alle auf einem Level. Aber Buffon macht das über so eine lange Zeit, über so einen extrem langen Zeitraum. Und hat zwar nie die Champions League gewonnen, aber ist für mich einfach der beste Torwart aller Zeiten. Einfach weil der Junge oder der Mann, der Senior, der Maestro, ach keine Ahnung was, alter Herr auf Senior, ich habe keine Ahnung, auf Italienisch heißt. Der hat einfach eine unglaubliche Ausstrahlung. Ich meine gestern natürlich im Champions League Viertelfinale Rückspiel, das war mal ein Ausraster. Ja, der wollte natürlich in seinem letzten Champions League Spiel oder in seiner letzten Champions League Saison nochmal weiterkommen. Der wollte unbedingt diesen Titel hochhalten, den er nie bekommen hat. Und regt sich natürlich auf, dass es in den Elfmetern 90. Nur zu dem wir gleich nochmal kommen werden, wenn es um Ronaldo geht. Und weil im Endeffekt hat Buffon ja nichts mehr damit zu tun gehabt, weil er hat ihn auch nicht halten dürfen, weil er mit Rot vom Platz geflogen ist. Das war ein italienischer Vulkanausbruch. Das passiert, ja. Das war jetzt nicht der Vesuv, aber das passiert halt einfach. Er hat niemand geschlagen oder irgendwas. Er hat halt einfach seine Meinung ein bisschen zu extrem gesagt. Auch dass er nach dem Spiel gesagt hat, dass du anstelle des Herzens einen Mülleimer da haben müsstest, um so eine Entscheidung zu stellen. Das ist halt in der Emotion gesagt. Ich kann ja verstehen, dass er sauber ist, aber es ist halt einfach Schwachsinn. Weil du kannst nicht sagen, du darfst keinen Elfmeter geben, weil das Team gekämpft hat. Weil du musst ein Herz haben. Als Schiedsrichter darfst du dich nicht mitreißen lassen. Du darfst keine Emotionen haben. Du musst sachlich handeln. Und das hat Michael Oliver in der Situation getan in meinen Augen. Er hat halt eben nicht gesagt, oh, Juve hat so stark gespielt, wir müssen ihn jetzt in Verlängerung schicken. Zumal ich glaube, dass sie da verloren hätten. Aber das ist wieder so eine Sache, da kann man drüber diskutieren. Aber dazu kommen wir später. Ob es Elfmeter war oder nicht und so weiter und so fort. Punkt ist, diese Aussagen fand ich ein bisschen übertrieben. Allgemein ist das nicht Buffons bestes Jahr, also zumindest von den Erfolgen her. Juve ist nicht so safe in der Serie A. Mit Italien konnte er sich nicht für die WM qualifizieren. In der Champions League ist er im Viertelfinale rausgeflogen. Das ist alles schon extrem bitter. Deswegen kann man auch die Enttäuschung extrem nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz ändert das nichts daran, dass er ein klasse Typ ist. Und das sieht man auch in der Juve-Doku beispielsweise, die es auf Netflix gibt. Das sieht man in Interviews, das sieht man in allem Möglichen. Und dementsprechend Buffon für mich der beste Torwart aller Zeiten. Allerdings dicht gefolgt hat von Spielern wie Oliver Kahn, wie Lev Yashin, wie Fabian Barthes, wie Dida zu seiner besten Zeit. Das sind alles geniale Keeper. Aber für mich, Top-Torwart aller Zeiten in meiner XI ist Gianluigi Buffon. Man muss übrigens sagen, ich finde, dass wenn es um die besten Fußballerzeiten geht, man natürlich mehr auf Mittelfeldspieler und Stürmer gucken muss. Weil auch Verteidiger, die sind halt extrem intelligent, extrem spielintelligent. Aber, und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, aber sie sind nicht so fußballerisch begabt wie die Offensiven. Und das halt eben deswegen der beste Fußballer der Zeiten. Deswegen wird auch nie mehr ein Innenverteidiger bester Fußballer der Zeiten werden wahrscheinlich. Seit Cannavaro 2006. Ist vielleicht ein bisschen unfair und, ja, aber muss man halt einfach differenziert betrachten. Deswegen versteht mich nicht falsch, wenn ich das so sage. Genau. Kommen wir zum besten Rechtsverteidiger der Zeiten. Und da ist schon die Problematik. Weil ich finde, dass da halt viele, ja, Spieler sehr auf dem gleichen Level sind und dass man da sehr viele nennen kann. Ich gebe nur mal ein paar Beispiele. Maikon zu seiner besten Zeit. Dani Alves zu seiner besten Zeit. Philipp Lahm zu seiner besten Zeit. Beckenbauer, auch wenn er eher Libero war, zu seiner besten Zeit. Cafu zu seiner besten Zeit. Oliver Sorg zu seiner besten Zeit. Oliver Sorg, genau. Ja, das ist halt wirklich nicht so einfach, das festzustellen. Roberto Carlos sehe ich als Linksverteidiger, genauso wie Maldini. Den sehe ich sogar eher als Innenverteidiger. Es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Zumal Lahm halt auch mal Linksverteidiger gespielt hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Salgado war bei Real Madrid auch mal extrem stark. Und, ja. Deswegen, es fällt mir halt schwer. Ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht. Es ist gerade im Video gekommen, dass ich mir diese Top Eleven mache. Wenn ich meinen besten Rechtsverteidiger aller Zeiten aufstellen müsste, wäre es wohl Philipp Lahm. Es wäre wohl Philipp Lahm. Allerdings dicht gefolgt von eben solchen Spielern wie Dani Alves oder Maikon. Oder, ja, weiß ich nicht. Cafu. Cafu war auch genial. Ist halt extrem schwierig, das festzustellen. Die hatten alle ihre Vorzüge. Aber, wie gesagt, auf der Position ist es sehr, sehr schwierig. Was festzulegen. Lahm hat halt über einen extrem langen Zeitraum unglaublich gut gespielt. Und, ja. Deswegen, auch auf verschiedenen Positionen. Immer solide. Immer stabil. Deswegen ist es schwer, das wirklich festzulegen. Aber genauso schwer oder ähnlich schwer ist es in der Innenverteidigung. Ja, also da kannst du halt einen, finde ich, hervorheben. Das ist Paolo Maldini. Maldini zählt oder ist für mich der beste Innenverteidiger oder der beste Verteidiger aller Zeiten. Aber, der war halt auch mal Linksverteidiger und es gibt andere Verteidiger, die auch dazugehören. Ich persönlich, und das ist meine persönliche Präferenz, würde auf den zweiten Platz oder an seine Seite in die Innenverteidigung Sergio Ramos stellen. Da werden jetzt viele sagen, was? Du hast ja gar keine Ahnung und wie kannst du nur und du bist ja komplett bescheuert und was weiß ich wen. Nesta, Pujol, die ganzen Ikonen, die es in FIFA gibt, die Ikonen, die es in den letzten Jahren gab. Hierro beispielsweise. Aber Ramos ist für mich wirklich seit Ewigkeiten auf einem unglaublich hohen Niveau. Ein extrem guter Verteidiger, ein extrem guter Kopfballspieler, ein extrem bulliger und unfairer Spieler teilweise. Aber das musst du halt einfach sein, um einer der Besten zu sein. Der kann alles, der hat keine Schwächen, der ist stark im Spielaufbau, der kann was am Ball, genauso wie es Maldini konnte. Dementsprechend, ja, muss ich den da halt einfach mit dazuzählen. Und Ramos ist halt wirklich einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Linksverteidiger wird auch schon wieder schwierig. Nicht allerdings einfach her. Denn für mich gab es auf der linken Seite immer genau einen Spieler und das war Roberto Carlos. Weil Roberto Carlos halt einfach eine absolute Maschine war. Ja, also du kannst, wenn du eine Top 11 aufstellst, egal von welchem Verein du Fan bist, egal von, egal. Du wirst nicht an Roberto Carlos vorbeikommen, weil der Typ halt einfach auf seiner Position unglaublich gut war. Natürlich haben den viele im Kopf, weil der super war, was Standards angeht. Freistöße, einen extrem starken Schuss hatte. Diesen genialen Schuss mal rausgehauen hat gegen Frankreich, ja, der die Gesetze der Physik so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Natürlich, das darf man nie vergessen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass, ja, Roberto Carlos halt einfach dahin gehört. Und sonst keiner. Maldini habe ich jetzt schon als Innenverteidiger gelistet gehabt. Es gibt auch aktuell sehr starke Linksverteidiger. Das darf man nicht unterschätzen. Beispielsweise ein Marcelo oder ein Jordi Alba, ja, ein David Alaba, dem ich aber noch nicht dazu zählen würde. Lange nicht, lange nicht. Gareth Bale zu seiner Zeit bei Tottenham kann man auch nennen als einen der Besten aller Zeiten oder einer, der es zumindest am besten gespielt hat. Aber für mich ist der beste Linksverteidiger aller Zeiten persönlich, und das muss man halt immer differenzieren, persönlich der Kollege Roberto Carlos. Und so, jetzt wird es schon wieder schwieriger, weil jetzt kommen wir zum interessanten Part, jetzt kommen wir zum Mittelfeld und zum Sturm. Und da gibt es eigentlich gar keine Spots, da gibt es eigentlich gar keine freien Positionen für mich. Weil da haben wir, wenn man das so setzen möchte, Messi auf rechts, Maradona und Zidane zentral. Sturm sind Cristiano Ronaldo und Pelé und dann muss ich halt eigentlich Ronaldo erneuen als linkes Mittelfeld hinstellen. Ich persönlich, und jetzt kommen wir schon dazu, das sind halt eigentlich die sechs Spieler, über die man so redet, wenn es um den besten Fußballer Zeiten geht. Natürlich Kaka. Kaka war ein genialer Fußballer, ist auch Weltfußballer geworden. Ich glaube, der letzte, seitdem diese Ära Ronaldo und Messi da ist. Natürlich gibt es auch noch Spieler wie beispielsweise einen Ronaldinho. Ronaldinho war auch, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt genial, aber finde ich nicht so auf dem Level. So, dann haben wir natürlich immer noch die Spieler, die davor mal Weltfußballer geworden sind. Ja, wenn man sich die Liste mal anguckt, da haben wir Lothar Matthäus, Marco van Basten, wir haben Zildien Zidane, wir haben Rivaldo, wir haben Luis Figo. Den darf man auch niemals vergessen in solchen Auflistungen. Und wir haben auch George Weah. Auch die Zweitplatzierten. David Beckham war ein genialer Fußballer. Thierry Henry war ein genialer Fußballer. Gut, Frank Lampard ist auch mal da drin. Für mich nicht so auf dem Level, aber war auch ein super Typ, ein super Fußballer. Jean-Pierre Papin. Natürlich darf man auch beispielsweise ein Michel Platini nicht vergessen. Das sind alle Spieler, die ihre Daseinsberechtigung in diesen Top-Platzierungen haben. Aber auch Iniesta vielleicht, der immer dabei war irgendwie beim Ballon d'Or. Aber persönlich finde ich, dass die alle nicht so gut waren wie diese sechs. Und deswegen sind das meine sechs besten Fußballer aller Zeiten. Die Frage ist jetzt nur, in welche Reihenfolge setze ich die? In welche Reihenfolge setze ich Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi, Ronaldo und Zidane? Und da muss ich schon mal eine unpopuläre Entscheidung zum Start treffen. Weil auf Platz sechs setze ich Pelé. So, und ich weiß, dass viele jetzt sagen werden, der hat ja keine Ahnung vom Fußball. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wer von euch, und das meine ich zu 100% ernst, wer von euch hat Pelé spielen sehen? Regulär, öfter, im Kontext gesetzt? Ich glaube, keiner. Ich glaube wirklich keiner. Natürlich war zu seiner Zeit Pelé ein absoluter Ausnahmespieler. Allerdings ist seine Zeit die 60er Jahre. So Anfang 70er noch. Das war seine Zeit. Und tut mir leid, der Fußball hat seitdem gewandelt. Der Fußball ist seitdem besser. Stell die Top 11 von 1965 gegen die Top 11 von 2017. Also nicht nur, weil es jetzt zu alt ist, aber das ist einfach ein ganz anderes Level von Spiel in meinen Augen mittlerweile geworden. Es ist viel, viel technischer geworden. Viel strategischer, viel taktischer. Viel mehr Klasse ist dabei. Und dementsprechend kann ich Pelé halt nicht als besten Fußballerzeiten sehen. Ich verstehe, dass man das sagt, dass er halt den Fußball revolutioniert hat, dass er zu seiner Zeit so extrem viel besser war als die anderen. Aber nichtsdestotrotz, der Kontext ist halt wichtig. Wenn man bedenkt, dass Pelé vielleicht mal, das ist halt das Allerlustigste, Pelé wäre fast mal zu Hannover 96 gewechselt. Hannover 96 wollte Pelé haben 1964. Er wäre hingegangen, aber sie durften damals noch nicht diese Spieler verpflichten. Ich glaube, entweder nicht außerhalb von Europa oder allgemein Spielertransfers oder Spieler aus Brasilien durften nicht nach Europa wechseln. Irgendwie sowas ging nicht. Und sonst wäre der bei 96 gelandet. 96! Nicht Bayern, nicht Hamburg. 96! Und das zeigt schon, dass auch damals, auch wenn der Fußball in Europa vielleicht nicht so extrem viel besser war als der in Brasilien, aber dass der nicht damals zu Madrid gewechselt ist oder irgendwas, sondern 96 wäre der Verein gewesen, zu dem gegangen wäre. Das zeigt doch schon, dass er so gut im Vergleich zu den anderen nicht hätte sein können, sondern nur im Vergleich zur brasilianischen Liga und im Vergleich in Brasilien. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt noch. Er hat nur in Brasilien gespielt. Er hat bei New York Cosmos gespielt. Okay, zum Ende seiner Karriere, da war er 35. Von 35 bis 37, vom Alter her, hat er da gespielt. Da war er nicht mal mehr in der Nationalmannschaft aktiv. Da hat er in 64 Spielen 37 Tore geschaffen. Das ist gut, gar keine Frage. Aber das kommt natürlich an die Zahlen von Santos ran. Er hat aber halt auch nur bei Santos gespielt. 638 Spiele, 619 Tore, eine unerreichte Quote, die ist genial. Also was heißt unerreicht? Ich glaube, Gerhard Müller hat sogar eine bessere Quote. Aber nichtsdestotrotz, das reicht halt für mich nicht, um zu sagen, ja, der ist der beste aller Zeiten. Einfach weil, wo ist die Recht, wo, wo, also wirklich, wo ist die Rechtfertigung? Die gibt es halt einfach nicht. In meinen Augen. Weil andere so viel besser sind. Und auf so einem höheren Niveau gespielt haben. Und nicht nur in Brasilien. Ich meine, klar ist er Weltmeister geworden. Logisch. Aber er ist halt trotzdem nur in Brasilien aktiv gewesen. Und das ist für mich der entscheidende Punkt dabei. Ihr könnt das anders sehen. Gar kein Problem. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das ist meine Meinung. Und die könnt ihr respektieren oder auch nicht. Aber die steht. So. Und jetzt kommen wir zu Platz 5. Und auch da wird es schon wieder schwierig und kontrovers. Weil ich wirklich nicht weiß, wen ich da hinsetzen soll. Aber. Ach. Es wird tatsächlich Maradona. Es wird tatsächlich Maradona. Maradona, der steht für mich auf dem fünften Platz. Woran liegt das? Warum steht Maradona nicht weiter oben? Auch bei Maradona spielt das Alter eine große Rolle. Natürlich ist er 20 Jahre jünger als Pelé. Aber auch wenn Maradona auch in Europa gespielt hat. Und gerade bei Neapel extrem stark war. Der Mann. Der Zwerg. Der hat halt einfach zu einer Zeit gespielt, als Fußballer noch nicht so entwickelt war, wie er jetzt ist. Und das ist für mich halt der Punkt. Der hat bei Argentinos Juniors. 136 Tore und 168 Spielen gemacht. Bei Boca Juniors 28 Tore und 40 Spielen. Bei Barcelona 22 Tore und 36 Spielen. Bei Neapel 81 Tore und 188 Spielen. Und dann bei Sevilla, Newell Snowboys und Boca Juniors ist es ein bisschen runtergegangen. Argentinien 34 Tore und 91 Spielen. Geniale Tore dabei. Gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass Maradona nicht überbewertet ist. Aber halt auch in diesen Kontext gesetzt werden muss. Genauso wie Pelé. Er hat halt zu einer Zeit gespielt. Da war das Level des Fußballs nicht so hoch. Und ich muss jetzt auch nicht weiter darüber reden und das erklären. Weil das habe ich jetzt ja gerade schon erklärt bei Pelé. Auch wenn er in Europa gespielt hat. Und der europäische Fußball damals sehr gut war. Er war nicht so gut, wie er jetzt ist. Und dementsprechend ist der nur auf Platz 5 für mich. So, und jetzt kommen wir schon wieder. Es wird wieder kontrovers. Weil, das wird euch nicht gefallen. Aber Platz 4 ist für mich Ronaldo. Und zwar nicht Cristiano, sondern Ronaldo Nazario. Der Kollege ist natürlich einer der besten Stürmer aller Zeiten gewesen. Der hat viele Tore geschossen. Gar keine Frage. Aber wenn man sich mal seine Karrieredaten anguckt. PSVA. Okay, es ist halt krank. PSVA-Eindhoven. 46 Spiele, 42 Tore. Davor Closedo. 14 Spiele, 12 Tore. Dann Barcelona. 34 Tore in 37 Spielen. Inter nur, muss man ja fast schon bei ihm sagen. 49 in 68. Real nur. 83 in 127. Milan. Okay, 29. Und Corinthians dann 18 in 31. Brasilien 62 in 98. Das sind alles perverse Statistiken. Gar keine Frage. Aber ich persönlich finde, Ronaldo wurde zu sehr von seinen Verletzungen zurückgehalten. Und hat nicht auf einem konstant kranken Level gespielt. Beziehungsweise konnte dieses Level oder seine Fähigkeiten nicht dauerhaft ausspielen. Wenn Ronaldo nicht seine Verletzungen gehabt hat. Er hätte nicht diese Probleme gehabt. Auch was die Psyche angeht. Dann wäre er, finde ich, oder könnte ich mir vorstellen, noch besser gewesen. Und würde vielleicht wirklich der beste Fußballerzeit auch in meinen Augen sein. Aber so wie es halt jetzt ist, sehe ich ihn nur auf Platz Nummer 4. Weil die anderen halt besser sind. Und natürlich sagen viele, ja, der CR7 ist nicht der echte Ronaldo. Und der ist nicht auf dem Level. Blablabla. Kann man so sehen. Ich sehe es nicht so. Ich finde, Ronaldo steht höher. Und ich finde, dass der R9-Ronaldo zwar ein genialer Fußballer war. Mit einer unglaublichen Technik. Mit zwei starken Füßen. Mit einem unglaublichen Speed. Mit einer unglaublichen Kaltschnäuzigkeit. Hat Brasilien zum WM-Titel geschossen. Und so weiter und so fort. Ich glaube sogar zweimal. Aber er wurde einfach zurückgehalten von seinen Verletzungen. Und hat nicht über diesen langen Zeitraum gespielt. Er hat nicht über diese extrem langen Jahre auf diesem unglaublich hohen Niveau gespielt. Wie beispielsweise die Top 3. Wenn man jetzt mal guckt. Seine Prime-Zeit hatte er ja 13 Jahre lang. Oder was heißt seine Prime-Zeit? Bei Real hat er ja auch schon abgebaut. Bei PSW oder seit 94, sagen wir mal. Sagen wir mal 96 ist es richtig losgegangen. Von 96 bis 2007. Bei Milan war er ja schon nicht mehr in seiner Prime-Zeit. Oder nicht mehr auf dem kranken Level. Weil seine Verletzungen auch da waren. Ronaldo spielt seit er 18 ist auf dem Level. Seit er 15 Jahre. Und wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger auf diesem Level spielen. Und bei Messi sieht es genauso aus. Der wird genauso bis 33 auf dem Level spielen. Und bei Zidane, zu dem kommen wir gleich, auch ähnlich. Und der hat halt konstant ohne Verletzungen oder ohne große Verletzungen und Unterbrechungen auf diesem Level gespielt. Und dementsprechend für mich halt einfach Ronaldo nur auf Platz 4. Sisu ist für mich der beste Fußballer der Zeit, habe ich schon gesagt. Aber wer kommt auf Platz 3 und 2? Das ist persönliche Präferenz. Und einfach um niemandem auf den Schlips zu treten, sage ich, Platz 3 gibt es nicht. Und es gibt einen geteilten Platz 2 zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Das liegt einfach daran, ich möchte, wie gesagt, niemandem auf den Schlips treten. Es gibt die Messi-Warriors und es gibt die Ronaldo-Warriors. Viele sehen Ronaldo als besten Fußballer der Welt und vielleicht auch aller Zeiten an. Viele sehen Messi als besten Fußballer der Welt und vielleicht auch aller Zeiten an. Bei Messi wird immer gesagt, er kommt von einem anderen Planeten. Okay, aber auf diesem Planeten gibt es offensichtlich keine K.O.-Spiele. Das hört sich jetzt auch wieder böse an. Aber es ist ja leider Gottes einfach so, dass er nicht so stark ist in den K.O.-Spielen wie Ronaldo. Dafür in der Liga. Ich persönlich sehe Ronaldo als unterbewertet, kann man nicht wirklich sagen, weil er ist ja stark bewertet. Aber er wird im Vergleich zu Messi zu schlecht dargestellt, weil er halt derjenige ist, der polarisiert. Er ist der ein bisschen arroganter Dargestellte. Er ist nicht der Media-Darling. Er ist nicht der kleine, sympathische, sondern der große, polarisierende. Und wird dementsprechend schlechter dargestellt. Also er ist in meinen Augen, wird teilweise schlechter als die anderen Fußballer der Welt dargestellt, obwohl man nur Messi mit dem vergleichen kann. Man kann einen Zahler nicht mit Ronaldo vergleichen. Man kann einen Zahler nicht mit Messi vergleichen, nur weil er eine Saison erst mal richtig krank gespielt hat bisher. Der spielt nicht sein ganzes Leben schon auf dem hohen Niveau von Messi und Ronaldo, die seit sie begonnen haben auf diesem extrem hohen Level spielen. Also seit Ronaldo 2003 zu Manchester United gegangen ist, spielt er auf diesem konstant hohen Niveau. Natürlich hat er bei Ronaldo nicht die Scorer-Daten gehabt, wie jetzt bei Real. Allerdings hat er bei Manchester in der Premier League in der besten und stärksten Liga der Welt gespielt und hat er damals noch nicht die Füße ist, weil er von Sporting erst gekommen ist. Die Füße hat er erst bei United entwickelt und dann bei Real Madrid weiter fortgeführt. Messi hat direkt bei Barcelona gespielt und ist auch direkt da in der besten Mannschaft der Welt gewesen, auf einem ganz, ganz hohen Niveau und hat seine Ära eingeleitet mit Barcelona. Dementsprechend finde ich, dass man einen Zahler mit dem schon mal gar nicht vergleichen kann. Und ich finde diesen Vergleich, weil er eine Saison krass spielt, auch komplett übertrieben. Natürlich kann man jetzt sagen, diese Saison ist ja der beste Fußballer der Zeit, aber das finde ich, weil es ist schwer zu erklären. Aber ich finde, Zahler ist vielleicht in der gleichen Form, aber nicht auf dem gleichen Level. Also die Form macht ihn genauso stark oder setzt ihn auf das gleiche Level, aber die fußballerische Qualität setzt ihn nicht auf das gleiche Level. Das ist meine Meinung. Jeder kann das anders sehen, aber ich bin allgemein auch kein großer Fan von Zahler. Ihr wisst das, wenn Spieler gehypt werden, bin ich meistens ein bisschen skeptischer und kann die einfach nicht so feiern. Ich würde Zahler gerne feiern, tue ich aber nicht. Genau, so, deswegen kommen wir jetzt einfach mal zu Platz 2 und 3. Wie gesagt, Messi ist bei mir persönlich im Kopf auf Platz 3, kann man aber genauso auf Platz 2 setzen. Und Ronaldo ist bei mir auf Platz 2, könnte man aber genauso auf Platz 3 setzen. Das ist einfach persönliche Präferenz von Spielstil, von Art und Weise. Wahrscheinlich auch von Real und Barcelona oder von Argentinien und Portugal. Aber die beide haben jeweils viel erreicht mit ihren Vereinen. Messi ist unglaublich oft Meister geworden, Messi hat die Champions League gewonnen. Sondern Ronaldo ist nicht so oft Meister geworden, hat dafür aber öfter die Champions League gewonnen. Ist der Spieler in der Champions League unter den internationalen Titel, den Messi nicht hat. Und dementsprechend kann man die halt auf ein Level setzen. Problem bei Messi sehe ich, weswegen ich Ronaldo persönlich höher setze, dass Messi in den entscheidenden Spielen nicht so da ist wie Ronaldo. Selbst wenn Ronaldo über 90 Minuten unsichtbar wäre, was er jetzt gegen Juve wurde wieder behauptet, er war unsichtbar über das ganze Spiel gesehen, war er nicht. Aber selbst dann ist er halt in der 90. Minute da und macht den Elfmeter rein. Und wie er den reingemacht hat, ei, ei, ei. Messi hingegen, Coppa-Finale, war er nie da. Also Coppa-Amerikaner. Dazu, WM-Finale, auch nicht wirklich. Auch wenn er es ins Finale gebracht hat. In dem Spiel war er nicht da. Andere hätten sie vielleicht ins Finale gebracht, im Finale brauchten sie ihn, da ist er nicht aufgetreten. Champions League, jetzt bestes Beispiel gewesen gegen Roma. Wo war Messi? Wo war er? Wo war ganz Barcelona, kann man sagen, klar. Aber wo war Messi? Ronaldo hat trotzdem seinen Elfmeter reingemacht. Hatte trotzdem die Aktion, auch wenn allgemein Real nicht so schlecht war, wie Barcelona gegen Rom. Real hatte die Chancen. Die hatten, glaube ich, 18, 19, 20 Torschüsse. Oder Schüsse zumindest. Aber bei Barcelona ging ja gar nichts allgemein. Aber Messi ist halt auch nicht aufgetreten. Dafür hat er am Wochenende gegen Liga Nessen Hattrick gemacht. Aber bringt das wirklich viel? Weil es ist halt nur Liga Ness. Das war kein wichtiges Spiel. Klar, sie haben jetzt die früheste Meisterschaft, super. Aber das bringt denen ja nichts. Sie wären so oder so Meister geworden. Und da ist halt die Frage, ob er vielleicht in der Champions League besser mal geglänzt hätte. Aber ich will Messi gar nicht kritisieren. Er ist trotzdem ein genialer Fußballer. Es ist Meckern auf hohem Niveau. Aber Ronaldo sind in diesen entscheidenden Spielen halt eher da. Und deswegen ist für mich Ronaldo stärker. Aber auch, weil Ronaldo kompletter ist. Ich finde, es ist ein Witz zu sagen, Messi ist der kompletteste Fußballer der Zeiten. Nur weil er ein Spielmacher ist. Oder er sich fallen lässt und Chancen kreiert. Ronaldo kreiert auch Chancen. Aber Ronaldo hat einen ganz anderen Spielstil und ist ein ganz anderes Level. Oder ganz andere, nicht Level, aber ganz andere Position als Messi. Das ist ein anderes Spielertyp. Das muss man einfach bedenken. Wer mir wirklich erzählen will, dass Messi der kompletteste Fußballer ist, hat einfach keine Ahnung. Weil wo ist Messi stark in der Luft? Ist er halt einfach nicht. Natürlich kann er Köpfen, aber der hat nicht diese Physis von Ronaldo. Der hat nicht die Körperstärke, der hat nicht die Körperspannung. Der hatte zu keinem Zeitpunkt das Tempo, was Ronaldo in seiner Primezeit hatte. Und er hat halt einfach nicht dieses Kopfballspiel. Ronaldo springt zwei Meter hoch, einfach mal aus dem Stand gefühlt. Ist natürlich übertrieben, aber so nach dem Motto. Das kann Messi nicht. Und deswegen, das hat Ronaldo ihm voraus. Natürlich ist Messi besser als Ronaldo im Chancen kreieren. Aber ihm fehlt halt einfach diese eine Sache, diese Physis. Die hat Ronaldo. Und dementsprechend, auch wenn Ronaldo vielleicht in einem Bereich ein bisschen schlechter ist und auch im Dribbling ein bisschen schlechter ist, allgemein ist er dementsprechend kompletter als Messi. Aber das ist wie gesagt, die beiden zu vergleichen ist extrem schwierig. Und ich denke, dass die beiden auf ein Level gesetzt werden müssen. Und ich persönlich mag Ronaldo lieber, andere mögen Messi lieber. Das ist vollkommen legitim, das ist vollkommen in Ordnung. Aber dementsprechend einfach nur meine Begründung, warum die beiden für mich nicht unterscheiden werden oder unterschieden werden können, wenn es darum geht, wer ist der bessere Fußballer. Natürlich ist Messi gottgiftet. Hat unglaubliche Qualitäten am Ball, die Ronaldo nicht hat. Aber Ronaldo, er ist halt einfach Ronald. Ronaldo. So, und jetzt nochmal kurz zu diesem Elfmeter. Ich habe jetzt gleich keine Zeit mehr, ich muss ganz schnell machen. Aber dieser Elfmeter war in meinen Augen berechtigt. Denn, ihr könnt es auch sehen auf Bildern, die ich auf Twitter gepostet habe. Und ich habe auch mit beispielsweise Lächels drüber geredet. Könnt ihr gerne abonnieren. Musst ihr nochmal googeln oder auf YouTube suchen. Was für googeln? Ist ja quasi YouTube. Ist ja egal. Benatia springt in dieser Situation Vazquez in den Rücken. So. Vazquez nimmt den Ball mit der Brust an. Dementsprechend lehnt er sich sowieso schon ein bisschen nach vorne, weil er den Ball ja sich runterlegen möchte, um abzuschließen. Benatia springt mit seinen, ich weiß wie viel er wiegt, aber der ist 1,90 groß ungefähr. 90 Kilo, 85 Kilo springt er da hinten rein. So, er schubst ihn nur leicht, klar. Aber er schubst ihn im Sprung. Da ist nochmal eine ganz andere Wucht dabei. Und Vazquez ist halt wirklich ein Zwerg. Ist nicht vorbereitet. Benatia kommt von hinten. Er hat nicht die Möglichkeit, Spannung aufzubauen. Benatia trifft ihn auch mit dem Knie. Benatia trifft nicht den Ball, trifft nur den Gegner, geht nur den Gegner, versucht nach dem Ball zu spielen, trifft ihn aber nicht. Und schubst im Endeffekt auch durch seine Wucht, durch seine Masse Vazquez um, der keinen stabilen Stand hat, weil er sowieso schon in der Außerposition den Ball zurechtlegen möchte. Dementsprechend, natürlich sagen jetzt einige, öff, es geht nicht mit, wenn das ein anderer Verein gewesen wäre, absolut schwachsinnige, ja, absolut schwachsinnige Argumentation. Es gab viel, viel unwahrscheinliche und unlogischere Entscheidungen. Das Tor von Sané beispielsweise, auch wenn man da jetzt sagen kann, also von City, wenn man da jetzt sagen kann, ja, das ist ja abseits, weil das von Milner war nicht mit Intentionen gespielt und bla bla bla, aber das ist genauso kritisch. Aber da juckt es keinen, weil es ja City, das rausgeflogen ist und Liverpool ist weitergekommen, jeder mag Liverpool mehr als City und dementsprechend ist es egal. Also wirklich, das finde ich halt eine ganz, ganz schwache Aussage zu sagen, ja, das ist nur, weil es real war. Nee, war es nicht. Und dass Ronaldo den halt so reinmacht, also ich habe jetzt denke ich mal erklärt, warum es ein Elfmeter war in meinen Augen, jeder kann das meinen, wie er will, für mich war es einer und ich lasse mir da auch nichts reinreden. Wie Ronaldo den macht, ist trotzdem krank in der 90. mit dem Druck, ja. Und genau, jetzt bin ich gespannt auf das Halbfinale. Aber erstmal, der beste Fußballer der Zeiten, Sinne den sie dann. Warum? Lest sein Buch. Lest wirklich sein Buch. Der Typ war einfach nur eine absolute Maschine. Der hat sich so hochgekämpft. Der hat bei Bordeaux überzeugt. Der hat unglaublich stark gespielt. Der war ein Spielmacher vor dem Herrn. Der hat bei Frankreich genial gespielt. Der hat bei Real extrem gut gespielt. Der hat bei Juve genial gespielt. Der war bei allen seinen Stationen unglaublich stark. Und das ist halt einfach der Punkt, weswegen ich sage, oder naja, der Punkt ist, der war technisch stark. Der hatte die Spielmacherqualität. Niemand auf dieser Welt hat das Spiel jemals so verstanden, wie Zidane. Hat das Spiel so gelesen, war so genial. Hat so vorausschaut. Zidane wusste gefühlt schon sechs Aktionen vorher, ob ein Tor fällt oder nicht oder wie der Ball kommen würde. Und einfach dieses Spiel zu lesen, wenn man sich dann einfach mal die Spiele anguckt, nur auf Zidane achtet. Die Bewegungsabläufe, wie er gewisslich bewegt hat. Dazu die Qualität im Schuss, im Pass, im Dribbling. Die Füße ist dazu. Und der Kopfball und acht, alles. Der konnte halt einfach alles. Der war in allem gut. Und jetzt ist er auch als Trainer gut. Und das zeigt er einfach dieses Fußball. Der hat einfach ein unglaubliches Verständnis von Fußball. Und deswegen ist er mit der beste Fußballer der Zeiten. Vielleicht war er nicht so athletisch wie Ronaldo. Vielleicht war er nicht so dribbelstark wie Messi. Vielleicht war er nicht so torgefährlich wie die beiden. Aber er war halt einfach der Fußballversteher vor dem Herrn. Und das zeigt er jetzt als Trainer auch. Und für mich ist deswegen Sinedine Zidane der beste Fußballer der Zeiten. Zumal man halt ihn noch mehr in diese Sicht setzen kann. 2006, wo er, oder ich sag mal, er hat die gleiche Prime-Zeit gehabt wie Ronaldo. Ja, so von 92 bis 2006. In der Zeit war der Fußball, finde ich, vergleichbar mit dem Level, was er jetzt ist. Er war vielleicht ein bisschen anders, aber nicht viel schlechter. Also deutlich besser als in den 70er Jahren oder den 60er Jahren, wo Pelé und Maradona aufgetrumpft haben. Oder 80er Jahre war es bei Maradona. Und ja, deswegen kann man das nicht vergleichen. Für mich ist Sinedine der beste Fußballer der Zeiten. Mag jeder anders sehen. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich denke mal, ich habe das ganz gut begründet. Und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das war es von diesem Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall damit euch diskutieren. Aber bitte, bleibt sachlich. Ja, und versteht, dass jeder eine andere Meinung hat. Ich lasse jedem seine Meinung. Und ich möchte aber genauso, dass jeder mir meine Meinung lässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist die Grundlage für jegliche Diskussion. Gut, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dann noch einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und schon. Und schon. Und schon.